Schön, dass es doch sofort los geht. Schauen wir uns jetzt vorbereiten. Bis jetzt ist es auch nur fucking Disco-Kart. Ich verstehe, Nick! Kann ich das skippen? Kommt da noch was Wichtiges? Hallo? Nein. Kann ich das skippen? Äh, wir haben ja nicht. Ich habe es nicht wiederutten. Oh, ich kann das nie mit ihm sch consisten. Oh... Wahh, wenn ich soweit den. Schütken! Es ist doch so wichtig, wie es denn... Wie ist denn? Das ist ja. We need a here or never come help I sell America to myself Hast du, du musst es annehmen, glaube ich, einfach, oder? Was ist das denn? Da. Oh my god! Außerdem können wir eh solche Sachen pingen, oder? Nein, kein Voicet. Wo ist der Voicet? Ach, shit. Sehr cool. Alter, das ist gar nicht klar. So kann man auch gar nicht überspielen, oder sowas. Besser. Das war nach roboter Gefühle. Oh je, geht's dir doch. Rape! Rape! Warum haben die Roboter nur ein Auge? Sie können doch gar keine Dreidimensionalität warnen. Weiß ich nicht. Report, report, Rito, vor nur ein Auge. Pussy! Pussy! Okay, wie mache ich Sprachchat aus? Option. Ähm, Audio Sprachchat. Heute testen wir mit einem Partner. Pussy! 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 Ey, ich bin Orang! Pussy! Pussy! C-Geste! Winken! Hallo! Ich bin hässlich! Du musst Geste machen. Mache ich doch! Du musst Kuh drückt halten und deine Geste auswählen. Ich hab nur eine. Ja, und die musst du benutzen. Ich kann nicht klicken. Du musst nicht klicken, du musst einfach nur loslassen. Ich winke Ah Äh, Manki Ich durfte gar nichts auswählen Aber ich wollte mein Lieblingstier auswählen Und das ist nicht mal das komplette Ich mag Helium Ich mag Gas Was mag ich? Ich mag Gold Effelt Hä? Gedüsst Gold ist heute Wehlaufen, nice Hallo Tama Morning Tee Fuck Ich bin der Ich bin der Partner zu sein Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll Ping, die weist die Stelle an Warte, was? Portal Ich soll Ping für ein Portal, warte Ey, lass durch die Wand gehen, dann können wir beide in ein Raum Ups Alle funktionieren nur auf weißen, portalfähigen Flächen Genau, du kannst nur auf weißen Flächen Portale schießen lassen Du musst Ping, wo du es hinschießen soll Und eine weiße, portalfähige Fläche Habe ich nicht eine weiße, portalfähige Fläche ausgewertet? Warte Okay, guck mal, jetzt kannst du durchlaufen Oh, hallo Ich bin über dir Hallo, siehst du mich? Waaah Bitch, please Ich hab's geschafft, Digga Aber ich komme trotzdem nicht rüber, ne? Doch, so, so, warte, 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 warte Jetzt kannst du reingehen Und deine Portale ankriegen Ja, mit links und rechts schießt die Portale Jedes Portalgerät kann zwei eigenständige Portale erzeugen Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung Das war fucking easy Ja, man, die ersten Test sind nie immer easy Hallo, guck mal, ich hab'n Knopf Guck mal, dieser Knopf macht deine Tür auf Bitch, please Mach' mich jetzt hier auf, Dankeschön Drück den Knopf Dankeschön, ne, okay Dankeschön Wie geht's dir so? Warum lassen die uns nicht Portale überall hinschießen? Warum muss ich der hässlichere sein? Hä? Ich hab' hier gar keine Mission Pssch Pssch Okay Achso, du musst mir jetzt zeigen, wo ich hinschießen soll, oder wie? Hä? Was soll ich? Schieß mal da hin 1 Achso, ich schieß mal, ich schieß mal jetzt hier in 1 Schieß mal hier 1 Da, das blockiert Warte Äh Kann ich nicht Äh Ja, dann schieß woanders hin Warte, warte Warte Weil ich brauch'n Platz Das geht's Es geht nicht Hier ist ne Oh, jetzt Gebt doch Hi, Dankeschön So Äh Was ist das hier? Sein Knopf Ach, ach, ein Cube, okay Ich hab' das Cube Ich hab' das Cube Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabreichung liege über oder unter der Norm Ich hab' die glaub' ich Achso Ja, ist mein Würfel ein leichter als deine, oder was? Äh, ne Hä, meine Tür ist noch zu Äh, meine Tür ist noch zu Äh, nein, nimm den Würfel Wie, die ist noch zu Meine Tür ist noch zu! Oh! Oh, warten wir doch nicht Äh, fang mal den Würfel, der gleich raus Der gleich von oben kommt Fang' mal den Hier Geh' mir der Schiss Und jetzt geh' ich mir Oh, dankeschön Wobei, was soll ich jetzt damit machen? Keine Ahnung Jetzt ist es, jetzt ist es hier rüber Super, wie soll ich da rankommen? Gute Frage Kannst du schwimmen? Äh, das ist Wasser und ich bin Roboter Nein Warte, versuch mal hier vielleicht so Da auf dieser Plattform Nibble, please Ich Die sinkt ab! Was ist das für ein Scam? Ihr werdet nur neu montiert Probier mal mit dem Ding eine Brücke zu bauen Nein, Ding Der sinkt ab Okay Wow, wir sind jetzt schon stuck Gib mir der Schiss Warte, ich weiß, ich weiß Nicht da durchlaufen Du musst da durchlaufen generell Und Genau, genau, genau Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es Also du gibst mir den Würfel Ich gebe dir den Würfel rüber Ich lauf durch Genau Nein, den Würfel Okay Weil wenn du da durchläufst werden alle Portale und alle Gegenstände äh, kaputt gemacht Deswegen gibst du den mir Jetzt gehst du da rüber und ich gebe dir den Würfel hier rüber Perfekt Wir sind schlaue Menschen Hättest du nicht einfach zielen können? Lappen Easy Ei, okay Das ist ein Knopf Was macht der? Oh, guck mal, der macht das Ding weg Jetzt hab ich ein Portale eingeschossen Was es mir bringt, weiß ich noch nicht Okay, wie wärs wenn das ein bisschen weiter runter platziert, wenn man dich das noch benutzen kann Danke für Genau Jetzt kannst du da durchgehen Ficky, ficky Was ist da Und jetzt kannst du hier auf den Knopf drücken Was soll man das bringt? Was macht das? Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können Nö Oh, komm her Yeah Wir haben als erste Roboter die Kalibrierung geschafft Weee Cool, wir sind richtig OP an Yeah High five bitch Geste High five bitch High five me bitch Yeah Okay, jetzt muss jeder in seine Kammer gehen Shit, boah, ich will aber nie Blu Ich will nicht Ich will nicht Weil, ich Das passt doch eigentlich Du bist doch viel größer als ich Und viel dünner als ich Deswegen passt es doch eigentlich, oder? Dies ist das Forschungszentrum für menschliche Tests End langweilig Wir rennen einfach Hier sieht alles ziemlich kaputt aus Ich glaub ihr solltet nur Ringe gehen Aber rennen wir es doch einfach den Hub Alle Team-Testschichten bedienen sind im Dr. Hub Team-Aufbau Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke Ich will nicht demontiert werden Warum müssen wir immer demontiert werden? Weiß ich nicht Look at this shit Lade, hey! Wurzestes waren wir gerade in diesem scheiß Raum? Das ist um die Für die Level-Auswahl wahrscheinlich Hat sie doch gerade erklärt Hey fuck you bitch Das ist unsere Level-Auswahl Diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt Hier geht es um Teamarbeit Komm, geh rein! Bitch, I don't give it Warte, ich will den coolen Move zeigen, guck mal Huuuahhhh Warte, warte, warte Warte, warte Huuuahhhh Bitch, please Tab für Porsche für deine Perspektive Ja, es ist Achso, du kannst jetzt da durchgehen Ah, nice Dankeschön Okay, hier ist ein Portal Achso, ich hab ein Portal hier Warte, hey, was bringt das? Warte, hey, was bringt das? Wir sind gar nichts Wir sind jetzt da, wir nehmen auf oder vor Warte mal kurz Was passiert, wenn ich hier den Knopf drücke? Passiert irgendwas besonderes? Außer, dass die Tür aufgeht Nö, aber hier ist noch ein Knopf, ne? Achso Ah, und damit geht die Tür auf, okay Achso, hier, warte, äh Nimm ein blaues Portal Hinter dir High five, bitch High five, bitch High five, bitch Äh Yeah, bitch Das gehört nicht zum Test Wo ist die bitch? Ich schließe sie ab Ich knall sie ab Ich schwöreste, Junge Die, 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 die hast du im ersten Teil getötet Du kannst sie im zweiten Teil nochmal töten Aber vergesst nicht Wie bei Einstein und seinem Cousin Teddy Geht nur einer in die Geschichte ein Halt die Fresse Wer, wer ist Teddy? Weiß ich nicht Ha, ha, ha Jetzt werten wir ein Handy Ja, den kann ich noch Willi haben wir den genannt Äh, ich schluss hier meine, meine Aschule dran Und du kannst jetzt da hinten auch, hier hinten auch eins Opa, ich hab verkackt Versuch mal Okay, jetzt kannst du da durchgehen theoretisch Gehen wir da durch Und jetzt, hier, hinter dir Warum kriegst du die ganze Zeit Punkte? Warte mal, warte mal, warte mal Das ist rot, gell? Ja Kannst du da hingehen? Geh mal zu meinem orangenen Portal Äh, ja genau, ich geh zu deinem blauen Orangen Bitch Also hier musst du ein Ball rein Ja warum sagst du dann zu meinem blauen Portal? Fettes Stück Scheiße, Alter Da ist ein Knopf, ich drück den Knopf Was macht der Knopf? Gar nix Achso, wir müssen alle Knöpfe gleichzeitig drücken Dann drücken wir So, da oben ist einer, guck mal da oben ist einer Guck mal hier Ich hab, geh mal auf die andere Seite Tu mal ein Portal Hier hin Und dahin Und dann drückt Dann gehst du Hintereinander Die, 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 die Dinger drücken Okay 321, go Und die rechts ist nächste Schnellbehaltig Nice We did it Oder? Ah, wir haben einen Ball bekommen Perfekt Und den Ball, du willst hier rein Ich hab das gekappt Hey Ich hab das gekappt Hä? Bin ich hier was anspielen? Wir werden grad, du wurdest grad hart gedisst Das Ding hier, mit dem kann die Kammern lasers Das Äh Oh leid Das ist doch wie so ein Aua Warum kannst du mich mit allem töten? Warum nicht? Ist doch lustig Okay Die Leser können by the way auch durch Portale gehen Heißt? Mach mal ein Portal Hier hin Hey Junge, lass mich doch auch mal denken Nur weil du das Spiel wahrscheinlich schon komplett durchgespielt hast Ja hab ich nicht He? Du hast falsch gemacht Nein, nur nur hier hin sollte das Portal Genau Du will ich mal nicht verleihen Du gehör kommst gar nicht auf meine Level, Junge Geh doch, my level bitch Willst du den Laser umlenken? Ich weiß nicht mehr wie man Sachen aufbauen Genau Good boy Good boy, who is a good boy? Alla, who am boy? Weil diese Level sind noch so leicht, deswegen weiß ich halt direkt was man Ich hab das Spiel bis jetzt 4 Stunden nur gespielt, okay, lass mich Ah Hab noch nicht durchgespielt Okay, was macht dieser Knopf? Kill me Achtung, das sind Turrets Aber da ist ne Wand zwischen mir So viel dazu Okay, wir müssen Aua Ich wird abgeschossen Wo ist, ah hier ist ein Knopf Dieser Knopf gibt mir einen Laser Cube Laser mal, Laser mal, nimm mal den Cube Nimm, nimm mal den Cube Oder,ider Und Laser mal, diese, diese Bastarde, du, du Nicht mich Diese Bastarde so durch, das Ding weg Genau O, gug, o eh Monster Die gehören zu uns Der eine sitzt in der Ecke, den kann ich nicht treffen Okay, jetzt Am besten, dass, da, anlasern Warte, du musst den Laser da hinlenken Ich hab vergessen, dass ich den nicht gedroppt, den habe wieso kann ich ja portale machen dies noch mal jetzt ich als hatte was ach so ok 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 ich weiß nicht wie warte was geht es jetzt bisschen sicher leider nur die ipads niemanden schießen können freuchten führt das da oben ich weiß wie ich weiß glaube ich wie jetzt ja ich weiß wie guck und zwar muss einer glaube ich hier hin immer hier hin wo meine zuerst also dieser laser muss durch dieses portal die hier ein also hier raus dann also noch mal hier und hier ein portal hin genau und dann muss ich hier und hier ein portal machen damit der laser weiter geht jetzt komm her und stelle ich hier auf nicht den nicht den weg meine ich braucht auch nicht okay alles gut ich komm mit der laser geht geht hier ins portal rein hier raus da und da und dann ja ich kann das spüren ich sehe ich sehe ich so für mich die bekanntgabe individueller ergebnisse würde den test beeinträchtigen ich kann aber mittel das ist ja ich habe nicht mal was gedrückt können die nicht schon diese animationen laden warum muss es danach noch ein ladebildchen geben macht einfach die animation langsamer ich weiß nicht was ihr da glaubt zu tun aber es gefährlich mein papier und kapitel gewonnen du hast gewonnen du wirst du wirst du wirst du wirst mir jetzt muss mir helfen da durchzugehen so also was ich schreckt mich so los los rein los 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 rein andere andere ich kann dir ein portal setzen aus dem grund jetzt meine freundin zu süß wo bin ich Du musst weiter noch, oder? Bist du ohne? Okay, wo bin ich jetzt? I fucked up, okay. Du hast doch ein Portal, du kannst einfach wieder durchgehen. Äh. Äh, wo bin ich? Warte, wenn ich jetzt da runtergehe, bin ich... Wir brauchen einen Cube, hast du irgendwo deinen Knopf oder sowas? Guck mal, da ist ein Cube, da ist ein Cube. Warte mal, warte mal, geh weiter. Geh, geh auf diesen... Nein, du musst erst durch. Okay, du musst erst durch, geh durch. Jetzt geh auf diesen Container. Und jetzt hast du einen Cube. Jetzt geh... Jetzt geht er zurück. Ups. Muss ich hin? Achso, Portal, okay. Äh. Bitch. Ups. Alter. Alter. Lul! He. Oh! Hilfe! Ich bin schade. Ich bin schade von meinem Leben. Ich habe es geschafft. Jump! Jump! K-Y-S! Oh, ich kann mich sogar ducken. Wie sieht das aus? Achso, ich kann ja runterspringen einfach. Ey, ey, ey. Ups. Was ist los? Nein, Leute, wird's verpissst ich. Mein Cube. Fuck. dies ist kein warum ist meine kaputt gegangen ach so weichen neue geholt hat deswegen der Hurensohn sorry okay was muss ich hier machen auch so dass ich halbe also müssen auf die Zielscheibe ziehen aber hier ist das auch eine und du musst ich glaube ich hier durchlegen genau also war den da glaube ich oder aber jetzt er ist so was warum was ach so ich weiß ich weiß ich weiß noch weiter mal machen okay okay weiter 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 mach ganz hoch gerade kann ich nicht nur weiter und ja und und jetzt ja jetzt ist es war ich erst mal ganz nach oben habe ich mir reaktions und jetzt geht's ab das das steht alligato okay ach so und jetzt kann ich die in total setzen oder oder warte ich habe jetzt ein portal kannst du da hinten hingehen wenn ich mir das ding richtig hin sitze ach so genau ja okay gut so kann ich da hinten lass mich durch lass mich okay er ist nicht auf den frank reingefallen hoppala warte falsch falsch ich wollte auch rein springen aber es war zu tief gesetzt die fakta die fakta die fakta halt die fresse Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich kann, ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Lass die Liste machen. Liste? Okay. High five, bitch. Dafür werden Orange 50 Kollaborationspunkte abgezogen. Nie egal. Yes. Äh. Was? Lass mal Minuspunkte gehen. Ach so. Ah, hier ist ein Portal. Hey, wo? Ich kann hier ein Portal setzen. Ach, das ist hier als Voltar-Wand. Okay. Ach, wir sollen da unten hin. Okay, warte. Warte mal, ich snipe einfach. Snipes du jetzt? Geschafft. Oh, nice. Insert dick. Wo ist dick? Warte, hier. Schalter. Ah, Countdown. Und wir müssen beide gleichzeitig. Okay, warte. Warte, äh. Drück doch. Was muss ich drücken? Das da. Oh. Das da. Also, ich mach Countdown, okay? Ja. Warte, äh. Ich bin scheiße. Okay, nochmal. Mit Go drücken wir. We did it. Oh, ist wieder zugegangen. Wir machen zu langsam. Oh, ich hab nicht angerechnet. Okay, weißt du, äh. Warum können wir nicht selber ziehen? Hast du, ich kann einfach ein Portal setzen, easy. Ich komm mal durch. Ja, das ist total egal. Ich hab dick gefunden. Geh raus, Simon. Ich hab, ich hab mein dick gefunden. Ich hab ein Portal, geil. Go, ey. Shortcut. Hier, ey, guck mal. Ich, ich muss jetzt ein dick, ein, äh, äh, loll. In certain. Okay, wollen wir wir würden. Guck mal, whoop. Und, zur Bewältigung dieses absoluten... Woop. Hinter dir. Hinter dir. Tranker. Ich kann euch nur durch gewaltzame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Nein. In dieser Weise spürt ihr keinen Schmerz. Hallo, Akbar. Du sollt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Nein, hallo, Akbar. Hallo, Akbar. Ich bin jetzt übrigens für einen Mangel. Geh, geh. We did it. We did it. Wir haben das ganze Game durchspielt gerade. Ernsthaft? Ich weiß nicht. Aber es war halt nichts über das Game, ne? Das war sich 50 Kollaborationspunkte dafür abgezogen bekommen, dass es Menschlichkeit gibt. Ach, nööööö. Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? Die Montageeinheit muss ein Problem haben. Nööö. Machen wir einige Tests und schauen mal. Neu. Genau, jetzt müssen wir das zweite Level aussuchen. Genau. Ich gehe nochmal zuerst. Ne, das erste, das haben wir schon alles, gell? Ja, ist so früh aufgefallen. Ja, genau. Okay, wir müssen da hinten hin. Hier sind noch Portals überhalten. Aber wir können hier nicht schießen. Rinder. Oh, das war verwirrend. Äh, Level 1, genau. Also, hier müssen wir die Schwerkraft benutzen. Und zwar, wenn man von... Ne, 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 nicht spoilern. Ich weiß was. Okay, sag mir, sag mir, sag mir, was ich machen soll. Ich weiß. Sag mir, was ich machen soll. Du druckst zu und lernst. Fuck, schieß hier ein Ding dran und da dieses komische. Ping doch einfach wo. Ich weiß nicht, wie man pingt. F. F. Und wenn du F gedrückt hältst, kannst du andere Möglichkeiten machen. So was wie Timer, stell dich da hin oder mach ein Portal da hin. Geht, okay. Jetzt musst... Ne, warte, das ist falsch rum. Ich hab halt keine Ahnung, wie man schläft. Du hast einen Fehler gemacht, aber ich sag dir noch nicht, welcher. Du musst hier runter springen. Da unten springen. Damit du die Kraft vom Schwung benutzen kannst, um da hin zu fliegen. Weißt du, was ich mein? Muss ich mir da selbst ein Portal dran schließen, erstmal? Ne, einfach jetzt reinspringen unten. Alahu Akbar! Genau, jetzt musst du mir, aber glaube ich, noch ein Portal... Was ist da oben, irgendwas? Nö. Okay, dann jetzt musst du auch halt noch hoch. Setz mal hier unten wieder ein Portal hin. Und jetzt da oben auch eins, damit ich auch gern. Sorry, Fallschrumpf. Hui, dankeschön. Und jetzt wieder vor... Also, genau. Spring rein, Digga. Bring in meine Kimi. In der die Kimi. Da oben, okay. Was ist das hier? Ich will da hoch. Wo ist der Knopf dafür? Hier ist ein Knopf. Da oben ist der Knopf, glaube ich. Ne, das ist der... Da muss der Ball rein. Okay, lass mich erst mal überlegen. Ich will da oben erst. Okay, ich habe meinen Traum erfüllt. Du kannst ja noch was machen. Das war's mit dem Part vom Portal. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann bewertet das Video. Und tschüss! Das war's mit dem Auftrag zu sein. Vielen Dank.